Hallo, herzlich willkommen auf GameContrast.de. Mein Name ist Gerrit und bevor wir zu diesem Video kommen, noch eine kurze Erklärung vorweg. Ursprünglich war dieses Video als eine Reihe von Reviews bezüglich diverser Fanatic-Hardware bereits für den April und Mai 2022 gedacht. Jedoch war ich mit der Planung der Videos nicht wirklich zufrieden, da ich zu dem Zeitpunkt mehrere Wochen später dran war, als viele Simracing-Kanäle auf YouTube vor mir. Das war primär nicht wirklich das große Problem, jedoch waren diese Videos logischerweise sehr technisch und alles, was ich dort an Zahlen, Daten und Fakten benennen und bezüglich auch Direct Drive erklären konnte, war schon längst bekannt und fühlte sich eher wie ein stumpfes Nachplappern an. Ich wollte etwas Eigenständiges, von dem ihr hoffentlich auch etwas mehr habt. Und so möchte ich mit diesem Video vielmehr eine Hilfestellung für euch alle sein, die entweder noch keine Sim-Hardware zu Hause stehen haben oder ihr erstes Setup bereits besitzen und jetzt auf Direct Drive upgraden möchten. 2022 war diesbezüglich ein fantastisches Jahr, weshalb ich glaube, viele von euch könnten sich speziell deswegen gerade sehr prominent mit dem Thema Simracing auseinandersetzen. Ich hätte damals durchaus jemanden gebrauchen können, der mich mit an die Hand genommen hätte und mir dabei wertvolle Einblicke und Tipps gegeben hätte. Heute möchte ich dieser jemand für euch sein. Wenn euch dies anspricht, würde ich mich selbstverständlich darüber freuen, wenn ihr euch dieses Video anschaut. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß! Zum Simracing kam ich erst sehr sehr spät. Bis zum August 2018 war es für mich quasi selbstverständlich, Rennspiele wie Forza Motorsport, die F1 Reihe von Codemasters oder auch eben ein Gran Turismo, genauso mit dem Controller zu steuern wie etwa auch ein Need for Speed oder eben auch ein Mario Kart. Da gab es jetzt nicht wirklich einen Unterschied für mich. Dass es selbstverständlich auch Lenkräder zu kaufen gibt, war mir schon durchaus bewusst. Bereits Anfang der 2000er Jahre hatte ich mir für meinen PC damals ein recht einfaches Plug-and-Play-Lenkrad für Grand Prix 4 gekauft. Das hat naja so eher semi-gut funktioniert. Als Gimmick war es ganz lustig, aber mehr dann eben auch nicht. Dass sich die Lenkräder und vor allem die Force-Feedback-Technologie so dermaßen über die Jahre weiterentwickelt hat, das ist quasi an mir komplett vorbeigegangen, da ich mich auch schlicht und ergreifend einfach damit nicht mehr auseinandergesetzt habe. Doch meine Sicht der Dinge sollte am 24. August 2018 eine entscheidende Wendung nehmen. Was geschah an diesem Tag? Es war der Samstag der Gamescom in Köln und ich hatte die Möglichkeit, zunächst abseits von vollen Hallen im Pressebereich einige Simricks und entsprechende Hardware aus nächster Nähe zu begutachten. Play Seats, Thrustmaster oder auch Fanatic Hardware zum begutachten, zum selber ausprobieren. Anschließend ging es dann noch zu Codemasters, um F1 2018 in F1 Play Seats zusammen mit Fanatic CSL Elite Hardware so richtig zu erleben. Und in der klassisch liegenden Formel 1 Sitzposition mit Formel 1 Lenkrad in der Hand, mit der Formel 1 Cockpit Perspektive einige Runden in Hockenheim zu drehen, hat mir hier eine komplett neue Sicht offenbart. Wie man Rennspiele und vor allem Simulationen wirklich erleben kann und wenn möglich eigentlich auch erleben sollte. In diesem Moment wurde mir regelrecht bewusst, das ist es. Das ist es, was ich will. Simracing. Doch von dieser Offenbarung an bis zu meinem ersten Setup sollten auf den Tag genau noch 16 weitere Monate vergehen. Nach diesem Erlebnis habe ich mich dann intensiv mit dem Thema Simracing befasst und mir sämtliche Produkte angesehen. Doch schnell wurde mir bewusst, dass Simracing ein recht umfangreiches und sehr kostenintensives Hobby ist. Zunächst schaute ich mir hier F1 Play Seats an. Die kompromisslose Sitzposition hat mir sehr imponiert und ich habe mich auch sichtlich wohl darin gefühlt. Doch Preise von und teilweise auch über 1.000 Euro nur für einen Sitz, naja, das war schon eine echt krasse Ansage. Von dem damals günstigsten Fanatic Bundle noch ausgehend einmal über 700 Euro on top drauf zu rechnen und da war ja noch nicht einmal ein extra Bildschirm mit berücksichtigt, geschweige denn die entsprechenden Simulationen, hat mir das hier noch einmal die Augen geöffnet, dass man für ein Budget von 2.000 Euro durchaus schon etwas Vernünftiges bekommen kann, aber dann dennoch verhältnismäßig, ja ja, relativ am Anfang steht. Und wer so viel Geld investieren kann oder auch will, der sollte sich auf jeden Fall schon darüber im Klaren sein, ob Simracing auch wirklich etwas für ihn ist oder eher nicht. Und ich möchte ehrlich sein, mir war das zu Beginn etwas zu viel Geld. Ich habe mich also nach Alternativen umgeschaut und nachdem ich mehrere gefunden habe, nahm mir mein Bruder am 24. Dezember 2019 eine ganz wichtige Entscheidung ab. So schenkte er mir das Logitech G29, welches damals gerade für den Konsolenbereich sehr gute Bewertungen bekam. Überglücklich und völlig aus dem Häuschen konnte ich es kaum erwarten, es dann auch endlich auszuprobieren. Doch eine entscheidende Sache hat ihr dann doch noch gefehlt. Richtig, das entsprechende Simracing. Ich stand also quasi mit dem Rücken zur Wand. Mein Bruder wusste von meiner Begeisterung bezüglich des Simracing und mit dem Geschenk musste ich nun auch weitere Taten folgen lassen. Ich war jedoch nicht bereit, über 1000 Euro für einen Sitz zu investieren, aber ich wollte unbedingt einen Rig, in dem ich realistisch als Formel 1 Fan, der ich ja nun mal bin, auch meine entsprechenden F1 Games von Codemasters stilecht eben auch immersiv erleben kann. Und hier wurde ich im Januar 2020 dann allerdings auch recht schnell fündig. Der FGT Seed von Next Level Racing war hier meine erste Wahl. Optisch und auch von der Beschreibung her gepaart mit einem, wie ich finde, doch recht fairen Preis von um die 500 Euro, was in etwa die Hälfte von einem F1 Play Seed entspricht, konnte nun auch meine Reise mit dem Simracing endlich beginnen. Damals noch recht einfach, ohne eigenen Bildschirm und ohne Gaming-PC, einfach vor den Wohnzimmertv gestellt, an die Playstation angeschlossen, aber hey, ich war glücklich. Und nun kommen wir zum Logitech G29. Zwar war das Gefühl, welches ich auf der Gamescom 2018 in F1 2018 erleben durfte, schon gut 16 Monate her und damit nicht mehr ganz direkt so greifbar, jedoch habe ich mich mit dem FGT Seed, mit dem Logitech G29 in Verbindung, gleich von Anfang an richtig wohl gefühlt. Bei der ersten Inbetriebnahme bekam ich ein zumindest vergleichbares Gefühl. Ein wirklich zufriedenes Gefühl, nun endlich wieder dieses immersive Gefühl erleben zu können. Und dabei ist das G29 rein von der Technik nach heutigem Standard deutlich veraltet und mit seinen 2 Newtonmeter bzw. knapp 2,2 Newtonmeter in der Spitze an Drehmoment nur bedingt leistungsstark. Jedoch konnte mir das Force Feedback bis zuletzt schon ganz gut im Rahmen seiner Möglichkeiten zeigen, wie es ist, ein Fahrzeug im Grenzbereich zu spüren. Ein Gripverlust auf der Vorderachse zu spüren, wenn der Rollwiderstand in der Kurve plötzlich nachlässt und die Lenkung dabei leicht dezent einklappt und das Fahrzeug quer kommt, um es dann wieder abzufangen. Zwar kann aufgrund von älterer Technik und dem niedrigen Drehmoment einiges an Details innerhalb des Force Feedbacks nicht direkt an den Fahrer weitergegeben werden. Jedoch eben im Rahmen der Möglichkeiten bekommt man hier schon ein recht ordentliches Fahrgefühl, womit man das Fahrzeug auf der Strecke erstmals richtig fühlt. Auch vom Bremspedal war ich überzeugt. Hier gibt es ein versteifte Feder auf der Rückseite, welche dafür sorgt, dass schätzungsweise ca. 15, vielleicht auch 20 Kilo an Druck vonnöten sind, um das Pedal komplett durchzudrücken. Das sind zwar vor allem verglichen mit Loadcell-Pedalen extrem lächerliche Werte und auch die Funktionalität ist eine deutlich einfachere, indem die Bremskraft über den Pedalweg und nicht wie bei einer Loadcell über den Bremsdruck gemessen wird, womit ihr auch nicht, naja, mit Muscle-Memory arbeiten könnt. Jedoch reicht diese simple Mechanik schon vollkommen aus, um euch ein erstes Feingefühl für die Bremse entwickeln zu lassen. Hier hat mich das G29 damals durchaus begeistern können und rückblickend betrachtet war es der genau richtige Einstieg in das Simracing. Das G29 und auch die Neuauflage G923 brillieren mit einem qualitativ recht ordentlichen Rundum-Paket. Das Lenkrad selbst ist aus Metall, kombiniert mit Kunststoffelementen für die Knöpfe und ein wirklich hochwertig verarbeitende Lenkradkranz aus Kunstleder. Mechanische Schaltwippen aus Metall runden hier das Bild ab. Lediglich die Kunststoff-Wheelbase mit der veralteten Riementechnik fallen hier dann doch etwas ab. Gab es auch etwas, das mich persönlich gestört hat? Oh ja, absolut. Das laute Klackern der einzelnen mechanischen Bauteile innerhalb der Wheelbase. Das wird zwar etwas besser, wenn ihr ein Headset nutzt, jedoch hatte ich gerade abends in den zugegebenen eher ruhigeren Abendstunden dann doch meinen Nachbarn gegenüber schon ein schlechtes Gewissen, wenn die Wheelbase mal wieder so richtig rödelte. Bis zum März 2022 hat mich das Logitech G29 treu auf meiner Reise begleitet. Doch im März 2022 erfolgte dann der erste Umbau und das erste Upgrade meines Simulators. Ich wechselte von nun an das Lager von Logitech rüber zu Fanatic. Warum? Wer jetzt glaubt, ich würde primär Direct Drive als Hauptgrund benennen, der irrt. Es war zu der Zeit im Frühjahr sicherlich auch ein Grund, jedoch habe ich meinen ersten Kontakt mit dem Simracing auf der Gamescom 2018 eben mit Fanatic-Hardware gehabt und vor allem die F1-Lenkräder mit teilweise auch F1-Lizenz haben mir persönlich sehr imponiert. Auch bekommt man überall in den Hüllen von diversen Simulationen Werbung von Fanatic, die einem praktisch schon ins Gesicht springt. Für mich war aber bereits damals schon klar, irgendwann will ich auch im Besitz von Fanatic-Hardware sein. Und da mir das Logitech G29 zuvor als Einstieg schon ein erstes ordentliches Gefühl vermittelt hat und ich mir der Simracing-Thematik absolut sicher war, gab es hier als Upgrade auch nur eine logische Wahl. Dass dann im Zuge von Direct Drive Fanatic schon Ende 2021 mit der CS-LDD für Schlagzeilen gesorgt hat, womit sie die nächste Generation von Simracing, also Direct Drive für die breite Masse, naja zumindest bezahlbarer gemacht haben, spielt sicherlich im Bezug des Zeitraums meines Umstiegs sicherlich auch eine Rolle. Da ich mit dem G29 als Einstiegsplattform die PS4 genutzt habe, wollte ich auch bis heute in Sachen Simracing-Plattform-übergreifend flexibel bleiben. Mittlerweile habe ich Simulationen auf Xbox und Playstation-Systemen und eben halt auch auf dem PC. Eine Flexibilität ist mir hier also sehr wichtig und da hat Fanatic auf dem Markt quasi ein Monopol, denn außer Fanatic kann hier keiner und schon vor allem in diesem Preisbereich keiner konkurrieren. Ein kurzes Beispiel gefällig, mit einer Playstation-kompatiblen Wheelbase wie zum Beispiel der DD Pro oder eben der F1 Podium Wheelbase in Kombination eines offiziell lizenzierten Xbox Lenkrads, wie zum Beispiel dem McLaren GT3 V2, kannst du sowohl auf der Xbox One, der Xbox Series S, der Series X, der Playstation 4, der Playstation 5 und selbstverständlich auf dem PC sowieso unterwegs sein und das ohne Adapter, out of the box, ready für jede Simulation. Und das war und ist mir persönlich sehr wichtig. Wem das nicht so wichtig ist und wer hauptsächlich auf dem PC unterwegs ist, der hat in dem Bereich Direct Drive 2022 ein wahres Eldorado an Hardware zur Auswahl. Denn Firmen wie AcerTag, SimoQ, Moza oder selbst Logitech oder auch Thrustmaster sind jetzt komplett auf Direct Drive umgestiegen. Im März 2022 habe ich bei Fanatic das Premium Bundle bestellt. Dies hat die DD Pro Wheelbase beinhaltet, sowie das Boost Kit 180, das Gran Turismo 7 Lizenz Lenkrad und die CSL Pedale inklusive Loadcell. Zusätzlich habe ich dann noch die Metallauflagen für die Pedale hinzubestellt, sowie auch das McLaren GT3 V2 und das F1 eSport V2 Lenkrad. Zum Schluss durfte dann zur Individualisierung auch ein Button und Sticker Set nicht fehlen. Insgesamt lag hier meine Bestellung bei knapp 1500 Euro, was durchaus ein sehr stolzer Preis ist, den ich auch so zu Beginn nie bereit gewesen wäre zu bezahlen. Hier war der langsame, aber konstante Einstieg in die Materie Simracing für mich wegweisend. Auf die Frage, was waren meine Gedanken, als ich zum ersten Mal im Simulator Direct Drive gespürt habe, weiß ich ehrlich gesagt keine genaue Antwort, da ich, glaube ich zumindest, an nichts Spezielles gedacht habe. Alles, an was ich mich zurückerinnere, ist ein breites Grinsen in meinem Gesicht. Und das nächste, an was ich mich tatsächlich erinnere, ist, dass ich nach fünf Runden in die virtuelle Box zurückkehren musste, um einmal meine Arme kurz auszuschütteln. Dieses Gefühl, wenn ihr euren Wocheneinkauf inklusive zwei Sechser-Träger Getränke in den fünften Stock hochtragen müsst, diese vor der Tür abstellt und kurz erleichtert durchschnauft, bevor ihr den Schlüssel aus eurer Tasche zieht, dasselbe Gefühl hatte ich nach fünf Runden mit 8 Newtonmeter Drehmoment. Gleichzeitig aber auch so viele Details. Jede Rille in den Curbs zu spüren, jede Bodenwelle oder neben der Ideallinie auch die ganzen Unebenheiten. Verglichen mit dem Riemenantrieb aus dem G29 ein spürbares Upgrade und ein echter Mehrwert. Auch die Low-Cell-Bremse mit einem verbauten 90-Kilo-Sensor, bei dem am Ende circa 70 bis 75 Kilo Bremsdruck von Nöten sind, um die Bremse bei 100% Auslastung voll auszunutzen, sind hier nochmal ein komplett anderes Level. Rein vom Fahrgefühl her ist das einfach eine ganz andere Liga. Wie ihr vielleicht hier in diesem Video auch schon sehen könnt, habe ich meine Pedale modifiziert mit einigen Mods von der Firma 3D Rep. Ich werde hierbei jetzt nicht zu sehr ins technische Detail gehen, aber es ist einfach jetzt so viel mehr möglich. Auch qualitativ versteht sich Fanatic als absoluter Premium-Hersteller für SIM-Hardware. Und je nachdem aus welcher Produktreihe ihr eure Produkte kauft bzw. bestellt, bekommt ihr auch mehr oder weniger genau das geboten. In der CSL-Reihe bedient man sich als preisbewusster Einsteiger und bekommt zwar öfter Kunststoff und gummierte Lenker. Jedoch werden auch hier unter anderem Schaltwippen aus Metall, Magnetsensoren oder eben auch ein OLED-Display verbaut. Und gibt es mal keine Magnetsensoren, dann ist eben das Lenkrad aus Metall statt aus Kunststoff. Fanatic ist hier sichtlich bemüht, auch im unteren Segment Qualität zu liefern. Im Club-Sport-Segment bekommen wir dann schon Alcantara-Leder oder auch Carbon spendiert. Der Kunststoffanteil sinkt auf ein Minimum, während in der Podium-Reihe die Profis und Enthusiasten einkaufen. Wirklich enttäuscht hat mich hier eigentlich nur das Gran Turismo 7 Lizenzlenkrad aus der CSL-Reihe. Gummi beschichtet, Plastik überall und mechanische Plastikwippen zum Schalten. Lediglich ein hochwertiges OLED-Display sticht hier etwas hervor. Das war bzw. ist für mich nicht wirklich Fanatic-like und fällt gegenüber anderen Produkten in der Qualität dann doch etwas ab. Hier merkt man aber auch schon so ein kleines bisschen die Handschrift von Polyphony Digital, die beim Design spezielle Vorgaben lieferten und wahrscheinlich innerhalb des Bundles dann doch durch die nicht ganz so günstige PlayStation-Lizenz man etwas an Qualität gespart hat. Vor allem im direkten Vergleich zum G920 ist jenes dann doch das qualitativ bessere GT- bzw. Sportlenkrad. Kann ich euch empfehlen, den ersten Schritt im Simracing zu überspringen, um gleich mit Premium-Hardware zu starten? Hm, das ist eine wirklich gute Frage, aber lasst mich mal versuchen, das Ganze so zu formulieren. Könnt ihr ein Formel-4-Fahrzeug bewegen, ohne dabei jemals vorher in einem Kart gesessen zu haben? Absolut, ja klar. Ich gehe sogar davon aus, dass einige von euch nach einigen Runden der Eingewöhnung sogar recht flott unterwegs sein werden. Jedoch lernt ihr in den Karts einige Basics, die ihr wiederum später in größeren Klassen mit einbringen könnt. Ich kann jetzt beurteilen, wie gut Direct Drive im Vergleich zu älterer Technik ist, da ich diese selber kennengelernt habe. Auch habe ich erste Basics kennengelernt, die ich jetzt mit qualitativ besserer Hardware richtig umsetzen kann. Für mich persönlich war das daher die richtige Vorgehensweise. Wenn euch das Thema Geld nicht interessiert, dann go for it. Theoretisch ist alles machbar. Jedoch empfehle ich jedem, der jetzt vor seinem persönlichen Simracing-Einstieg steht, um seine ganz persönliche Reise zu starten, sich selbst einfach zu fragen, wie intensiv möchtest du Simracing betreiben? Was sind deine Ambitionen? Hast du dich mit dem Thema Simracing bereits befasst und bist du dir wirklich sicher? Ein Logitech G29 oder auch ein G923 oder als Alternative selbstverständlich auch ein Thrustmaster T248 bekommt man entweder gebraucht oder neu auf eBay Kleinanzeigen oder eben auch über Idealo bzw. Guideshals.de zwischen 150 und 280 Euro. Eben neu oder gebraucht. Und in dieser Range ist ein erstes solides Setup fast schon ein No-Brainer, vor allem genau dann, wenn man nicht gleich preislich vierstellig werden möchte. Wer bereits schon ein erstes Setup zu Hause stehen hat und bezüglich Direct Drive dieses Jahr von einer News zur nächsten gehypt wurde, der sollte definitiv diesen Hype folgen und jetzt den nächsten Schritt wagen. Denn Direct Drive ist nochmal ein spürbarer Schritt nach vorne. Die Details, die Kraft und alles unverzögert und ungefiltert direkt aus Lenkrad zu bekommen. Und wem die schlechte Liefersituation bei Fnatic zurzeit gerade echt zu schaffen macht und wem der PC aber primär viel wichtiger ist, der sollte eventuell auch mal bei Moza Racing vorbeischauen und dort speziell die R9-Wheelbase. Im High-End-Bereich könnte sich dann auch mal ein Blick bei SimmoCube lohnen oder eben bei AcerTag. Am Ende steht es natürlich jedem selbstverständlich frei, was er kauft. Mir ging es in diesem Video jetzt primär nur darum, dem ein oder anderen gegebenenfalls eine Hilfestellung bei der Entscheidung zu sein und ich hoffe, mir ist dieses mit diesem Video auch einigermaßen gut gelungen. Vielleicht ist es mir sogar gelungen, jemand, der sich mit Sim Racing noch gar nicht großartig befasst hat, aber eben jetzt neugierig gemacht habe, sich speziell jetzt vielleicht mit Sim Racing zu befassen. Wer weiß das schon. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall wieder zurück in das virtuelle Racing stürzen. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich war eine kleine Hilfe. Dies war das letzte Video für 2022. Ich bedanke mich stellvertretend für das gesamte Game Contrast Team, dass ihr uns dieses Jahr so treu gewesen seid. Alle unsere Videos geschaut habt und ja, wir blicken auf ein 2023. Da kommt wieder eine ganze Menge auf uns zu. Spiele, Hardware, ich freue mich drauf. Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.